Stimmt, stimmt, ich wollte ja eh alles kündigen und mit der Bachelorarbeit aufhören und spreche doch einfach. True. Ja, du warst von sich dabei, als wir gesagt haben. Inazuma Eleven! Als ich ihm gesagt habe, dass wenn er genug Pokémon-Championship-Punkte bei Pokémon-Turnieren sammelt, dann wird der zur Weltmussenschaft in Japan eingeladen. Ja. Ah, pass auf Redirect. Ah, schon. Inazuma Eleven. Benutzt irgendwelche Fähigkeiten. Ah, ich bin schon schlecht. Ich bin schlecht. War ein richtig guter Pass. Nice. Er macht einfach selbst fein. Johnny hat gerade The Earth als Schuss gemacht. Okay, da müsste man zu dritt schießen, aber... Ja. Oh Mann. Ah! Ah! Warte, wie heißt das? Tiger-Schuss-Kreihe. Oh, ja, 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 ja. Ich fand diesen Eis-Feuer-Typen so geil. Oh Mann. Nee, der Typ, also du hast... Nee. Der so eine gespaltene Persönlichkeit hatte. Ah, das war nochmal was anderes. Ja, okay. Oder? Dann Inazuma Eleven hab ich leider nicht geschafft. Ich hab nur Captain Zubasa outscrew. Mit Tiger-Schuss und... Gottes-Handschuhe. Oh nein, das ist Inazuma Eleven. Warte mal. Gottes-Handschuhe ist Inazuma Eleven. Gottes-Handschuhe. Nice safe, nice safe. Nice safe, nice safe. Fake. Du musst jetzt seine Attacken ausschreien, bevor man sie ausführt, ansonsten zählen die nicht. So, wow! Jede Naruto-Folge ehemals. Ah, ein Tiger-Schuss! Du musst dem Gegner auch mal erklären, was du als nächstes vorhast, sonst geht das nicht. Die Dreierkette. Shit. Nice. Ich komm nicht mehr hin. Schade, das ist jetzt ein Götterbums ausgepackt. Ich steh rückwärts. Der Hauptcharakter war doch bei Inazuma Eleven der Tormann da. Genau. Der auch Stürmer gespielt hat, bei The Earth hat er sich geschossen. Das ist ein Safe? Alter, du hast ihn an der Decke berührt. Ja. Der wäre ins Tor gegangen. Das ist nur ein normaler Schuss, deswegen ging der jetzt auch nicht rein. Rüber. Super. Ich fände nicht wieder an. Oh, Alter. Du musst in 50. Nice, mach weiter, ich hab gewöhnt. Neeeiiiit! Ich bin tot. Daneben. Ich nerve mal. So. Hast du? Boom! Nee, das war auch noch ein normaler Schuss. Mal gucken. Die richtigen Schüsse kündige ich an. Ah, scheiße, scheiße, scheiß. Das Game ist bisher so abartig, was Paraden angeht, ne? Dieser Pass! Wird kein leichter sein. Das ist Inazuma Eleven. Wir sind alle Götter-Tormänner. Ja. 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 Sorry für den Bum. Nice. Ich hab den Torwart gebannt. Äh. 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 Ja. Ja. Nein, Johnny! Den will ich nicht. Nee, ich merk schon. Ins Eck. Ins Ex. Ins Ex. Im Ex. Götterbums. 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 Wer hat den? Johnny, letzter Mann? Mach das, Johnny. Mach das weg. Nice weg. Ich hatte nichts angekündigt, deswegen hab ich ihn auch nicht gekoffen. The War. Super-Bahn. Das war voll ganz die Verbesserung von meinem. Alter. Ich war so richtig. Das ist das für ein Game. Götterbums. 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 Okay, okay. Ich warte einen Touch-Up. Ich warte keinen Touch-Up. Ich warte nicht. Ich warte nicht. Gerade wo ich bin. Das wissen die Spieler bei Yisuma Eleven auch nicht, wo die sind. Ah. Ich bin tot. Death. Oh, der. Kommt da noch was? Death Rocket. Ah. Death Rocket. Ich war grant. Nein. Kannst du? Ich bumpe den, ich bumpe den. Ja, ist perfekt. Ab dir den. Oh, ich hab dich. Aaron Hans. Na, pass. Ich hab Angst. Oh, scheiße. Entschuldigung. Entschuldigung. Wuhuuu. Also, ganz ehrlich. Das wir kein Gegentuch kassiert haben in diesem Game war absolut illegal. Das war absolut illegal, Mann. coded in diesem Game! Der Vorsitz! In diesem Game. Oh, ich hab einen sehr procrastiner. Wir kommen hierher schon wieder bei Greet2hhh. Vielen Dank.